Ich verlang mal wieder eine Single-Ball-Team. Dann gucken wir mal. Scrap-Beacon. Gucken, dass man den vielleicht schon ein bisschen langsamer macht schrittweise, damit er möglichst viel Loot wieder abwirft, den man noch benutzen kann. Ich bin eigentlich nicht für Compound-Files ausgelegt. Eher auf Belagerung. Und dann AFK. Bewegt sich gar nicht so gut. Alter, wie viele Schüsse halten die denn jetzt aus? Warte mal, nach hinten. Headshot Tower! Yeah! Headshot Tower! Headshot Tower. Hier sind Aufwertungspunkte. Einmal fünf Stück zum Upgraden. Wir würden eigentlich nach Kentfisch runtergehen. Was Interessantes? Hm, ich würd' fast eher sagen, Healing Waters. Ich befürchte es. Bisschen Kleingeld hier oben noch. Du dü 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 dü. Oh, ist da grad Krähen jemals? Ja. Ich glaube aus Madonna, wenn ich mich nicht... Ja, du bist schon im Nordwesten irgendwo, ne? Ja, wo bist du im Nordwesten irgendwo? Ja, wo ist das? War der Armut da? Zweite mal Krähen. Ja, Church. Du 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 du. Ja. Ja, wie ist hier? Krähen, Krähen, Hust, Hust. Warte mal. Krähen, die anzünden ist ja ne Scheißidee. Ja. Ja. Die Zonen macht ja gefühlt gar keinen Schaden. Hm. Ärger, Ärger, Ärger. H interaction, ende. ich hab' den Stacheldraht mal beseitigt so Scrappy, jetzt aber langsam mal genug hier mit deinem Stacheldrahte schmeiße hier jetzt ist aber langsamer genug Spieler, Spieler, Spieler es macht so'n Lärm, den ich mich spät niehört Oh, 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 oh. ich glaube da aimt er noch auf dich ne aus dem augenwinkel bei dir grad schon die sehen theoretisch weiß sein oder nein nein ich glaube das ist eine schlechte idee ich bin mit dem stahl drauf bei mir sitzt einer seitdem du hast den gerade gekillt er ist direkt ich nehme mich auf meine maler ist noch weiß guckte mal ob du konnte haben frei christ muss erst mal nach oben finden ja gut hier war jetzt aber nicht mal gestacheldraht sagt bescheid steht jetzt ich habe deine falle hingelegt komm René rein hier und Tür zu ja jetzt bin ich ganz sicher ob meine falle ausgelöst ist und den man noch gekillt hat oder ob die die gesprengt haben von dem gif vielleicht noch weil die beiden fallen waren ausgelöst die wurden jetzt nicht entschärft oder so ja ich habe da was hingeschmissen ich habe noch zwei gifpallen und eine stacheldrahtfalle falls ihr die ober haben wollt ja gut hier liegt eine bärenfalle warte mal ich habe ja zwei gifpallen und dann pack ich die andere noch dazu warte mal mach mal das stacheldraht hier weg draußen liegt einer hier vorne im gebäude ich weiß nämlich nicht wozu der dude gehört ich weiß nämlich nicht wozu der dude gehört da waren wir heiß ich konnte die richtung jetzt nicht ausmachen ich konnte die richtung jetzt nicht ausmachen ja südwesten ne ne ich glaube nordwesten irgendwo so da die richtung jup westen durchsuitwesten frage erledigt da sind zwei teams, wa? ja aus der lauter nach der unten lag auch einer nach der unten lag auch einer hier ist nochmal, äh, ne, happy meal hat es auch noch für irgendwas was braucht und silencer schuss ja ich glaube die gucken durch die ritzen ja die richtung das sind noch zwei teams drei stück in die richtung drei stück in die man sollte sich gerne mal gegenseitig äquidion hallo yes der enemy ist auf der anderen Seite go get him wie war das? i'm a medic i'm a medic ja ja letztes mal hat das gut funktioniert ne auf einmal haben sie sich gegenseitig geschlachtet und ne darren work hat er nicht heulen lassen, ne? nicht geguckt, keine ahnung da war das nobody's home, ne? soll ich die Schiebetür freilassen oder die auch noch verdrahten? ne, lass die mal frei bisschen wir uns auch noch bewegen draußen ist die schon doppelt vermient ja, ich wollt grad sagen, draußen ist schon liegt schon was achso ruhe, er geht schon mal langsam in die richtung in richtung Schiebetür? Eisen mit Eisentür klar hm das war mal ne Falle im Nachbarhaus ah ok, die haben die Tütze gemacht, witzigerweise Badons Arbeit Schiebetür das war ich das war Nino ich will ihm ein bisschen nerven hm das war ja guck von Wir haben es gesagt. Schön, dass die sich gegenseitig abknallen. Yes! One more time! Let's go! I've got the feeling, the feeling. Was war einer von Manuel? Willst du so wieder mit Musik penetrieren? Hier ist wieder so eine schreckliche Schallplatte. Ich höre nur, wo die Gecker sind. Gehen wir ihn mal unten drüber. Das grüne Fenster hier vorne kommt man nicht von unten ran. Was ist denn mit deinem Köpfchen, du? Einen hab ich mal gehitschit. Teddy hat öfter da hinten langspringen. Ja, ja. Oh, ein Gespränge da unten, ey. Guck mal, hat er Angst, dass sie einen Headshot kriegen, ne? Ich kann sein schwarzer Retro-Shirt. Ich kann sein schwarzer Retro-Shirt. Zieh mich kurz. Awe! Wir machen hier. Wir nehmen jetzt die Lupe an der Koffer. Wir nehmen hier. Wir nehmen hier. Wir nehmen hier einen Koffer und man Meu ist dran. Wir nehmen hier einen Kofferから Und ihr so? Hm Wunder bleibt nach dem Schuss nicht immer gleich stehen Hä? Nice Ich geh nach dem Schuss normal immer weg, aber der hat mich in null gesehen gehabt Konstantina glaub ich? Nee, das war ich Ich hab bloß mal durchgeswitcht gerade Klandert so, als hätte er gezogen Ja, durch eine Konstantina verrecken will ich nicht Das ist unfassbar ärgerlich Mich wundert halt, dass die es nicht mal von woanders versuchen, ne? Die ganze Zeit an derselben Stelle Boah Ja, die haben jetzt so viel Ausbau Einer lag schon mal, das ist schon mal so Ja, die wollten das Fenster einfach nur wegmachen Glaub ich, dass du schien mit dem Pfeil rein? Dann geh vor dem Fenster weg auf jeden Fall Mhm Und Romero ist gerade nicht die beste Was hast du noch dabei? Ne Mud Oh, okay Zumindest halbwegs Range Ja, ich setze Ja, ich setze eher darauf, dass er irgendwann die Schnurz voll am Mund rein stürmt Dann ist meine Romero wieder gut Ja gut, dafür hab ich nen Headshot dabei Hm 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 Loll Was? Wer viel mag's mehr? Na komm, Alter Kann ich dich da gefahrenlos aufheben? Ne Auf gar keinen Fall Kann ich da Feuer rein schmeißen in den Fensterbogen? Guck mal Hm Wow Wie gesagt, bei P-Mach nun Wie gesagt, wir gehen Wie heißt es Wenn du Wenn du aufh isser Ja Du die poschen aber ein meiner kommt hinten rum da ist das ja immer nein nein kommt zur tür ab dem zweiten wie es kann man gehen ich stehe hier vorne mal pin macht mal druck das ist keiner mehr da was sagst du mir jetzt das brauchst du mir jetzt wenn du was hast zum löschen untergang des helden du seid uns flüstern was für die sammlung komplett leer geschossen das ist so komisch da gibt es ja noch mal die 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 mal, dieser raucher husten so etwas sein lassen einmal cool muss sein aber merkt dass sie komplett die die nerven verloren haben geraten die sind halt stupide reihen gelaufen spätestens nachdem der erste von der romeo weggeschrotet worden wäre ich doch nicht an derselben stelle noch mal reingehört einer von euch kann man nicht mehr die karabiner die anderen beiden sind eigentlich ziemlich das rechte eine war ja schon hatte ja schon einmal gerät schottet wird er wahrscheinlich der rechts reingekommen sein wird jetzt noch meine reinkommen wir schon ein schott gekriegt mit welchen pistole liegt ja noch o warte mal komm feini komm feini Komm Feini 1, 2, 3 Ah Ah Bohnen und Weiß Das war frech mit dem Dynamitbündel Das sind so eine friedfertige Menschen gewesen Das war echt frech Das war wirklich gerade frech Das war frech Ich glaube das wird auch mal eine Einzelfolge Wir sind jetzt bei 27 Minuten Ich glaube da hänge ich nicht noch was dran Und wird doch zu lang Ach Schneck mich Ja man darf die Leute nicht zu sehr verwöhnen Mal gucken ob irgendwas von meiner Falle Noch gekillt hat Das würde mich jetzt mal interessieren Die Runde dürfte man ordentlich Kills gemacht haben Hat sich ja echt lange hingezogen Hätte ich jetzt mehr gedacht Da hätte ich jetzt mehr gedacht Oh den einen habe ich zweimal erwischt Das ist einer wahrscheinlich wirklich an meiner Falle krepiert Einmal durch die Falle Und zwei Minuten später habe ich nochmal mit der Schrotflinte abgeknallt Naja das wird der sein Der auf den ich mir assiste habe Ja Weil der hat auf jeden Fall die Dingsen abgekriegt Cool Die Runde war mal echt nicht so schlecht Die gewonnen ordentlich Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Würde ich sagen Bis dann Ciao Ciao